Er ist ein Lügner. Die Liste ist handschriftlich. Er war bei einer Spezialtruppe. Er hat Zugang zu den besten Fälschern der Welt. Sie wollen also sagen, dass immer Ihnen was anhängen will? Er hasst mich. Er wurde gefeuert und nun lässt er das an mir aus und an meinem Mann. Wie rechtlich da diese Stube gefesselt, weil ich ihn umbringe. Tina! Sie hat keine kognitive Störung. Sie beantwortet alle Fragen und ihr ist sehr gut bewusst, wie schwer wie gut die Anklagen gegen sie sind. Aber in Ihrem Recht haben Sie geschrieben, Sie hätte ein Münchhausen-Dembro als ausgeprägt. Heißt das nicht so viel wie ganz das Kratz? Es heißt, Sie hat ein psychisches Leiden, aber das hat keinen Einfluss auf Ihre Kompetenz. Das Syndrom hindert Sie nicht daran, an Ihrer Verhandlung teilzunehmen. Aber wäre die Diagnose an sich nicht schon ein gutes Gegner? Das ist das Syndrom. Sie meint, dass Sie die Kratzer in der Wohnung und ihm zwei Hände in diesem Bereich kommt. Die Gäste nicht so viel wie ganz das Kratzer in der Wohnung. Sieht doch auf die Rolle der Klammer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020